Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh yeah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und... Ja! Juhu! Das hat gesessen! Mascha für 2 zu 0! Tor! Wieder getroffen! Toll! Mascha für 3 zu 0! Bär! Fertig! Wir haben Hunger! Was ist das? Frei etwa? Ja! Nein, nein! Ich mache uns ein Mascha-Speciale! Aha! Ja! 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 Und... Was ist das? Ja! 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 Ich mache uns das! Ja! 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 Ich mache uns das! Ja! 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 Oh nein! Bär! Sauber ist jetzt alles. Ich hab Hunger. Was? Schon wieder das? Äh, hast du nicht was anderes für mich? Oh, das Masha-Speciale werden wir noch ewig essen müssen. Scheuer. generic Music b administrators b b b b b b Untertitelung des ZDF, 2020 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 In den Topf und kräftig rühren, und schon ist es fast verbracht. Marmelade, süß und lecker, ist im Hand und Ring gemacht. Die Räume, die ist weg. Ja, das war es. Die Räume, die hier ist. Oh, es war das. Oh, was Sie? Oh, was Sie? Oh, was Sie? Oh! Bär, wo warst du? Bär, wo warst du denn so lange? Hier ist alles fix und fertig. Bitte sehr. Und jetzt das? Bär, wo warst du? 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 Guck mal, so läuft ein Astronaut auf dem Mond herum. Systeme überprüft. Achtung, wir starten. Bär, wo warst du? 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 Richtig gründlich untersuchen. Ganz gut, ganz gut. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Oh je, hier steckt die Ursache. Tja, das ist ein schwieriger Fall. Das Einzige, was dir helfen wird, ist Bettruhe. Hinlegen, Augen fest zu und schlafen. Kaiser Himmerti wird dir sehr, sehr gut tun. Medizin sollte vor allem lecker und süß sein. Hier. Gut, ja. So, ui. Und du stehst nicht auf, verstanden? Bist du etwa aufgestanden? Und bist du immer noch krank? Oh, das ist nicht gut. Dann muss ich dich noch mal untersuchen. Schön. Der Fuß ist wieder gesund. Dein großer Zeh auf. Oh, Bär, du bist furchtbar doll krank. Du wirst jetzt im Bett bleiben, bis du wieder gesund bist. Oh. Oh. Ah! Du warst gestern krank, bist heute auch wieder krank. Wird dir das nicht langsam langweilig? Na gut, na gut, na gut. Ich werde dich nochmal richtig untersuchen. Ah! Ah! Du musst im Bett bleiben, sonst wirst du nie wieder gesund. Ich hole Medizin für dich und bin gleich wieder zurück. Ui! Ui! Hilfe! Das ist ein Notfall! Er床 gefällt mir von den B Provider World Park oder nur Azul. rubbish! Los! Und rein und zu! Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta! Schneller, schneller, schneller! Noch schneller, schneller, los! Schneller, schneller! Sofort anhalten! Sofort anhalten! Ich bin der beste Arzt der ganzen Welt. Bär, ich möchte draußen spielen. Bär, mir ist langweilig. Nein. Nö. Bär, du sollst mich beschäftigen. Da schaue ich mir schon lieber einen Zeichentrickfilm an. Hey Bär, schau mal, im Fernsehen schneidest du es auch. Mir ist langweilig. Es ist soo unglaublich langweilig. Vielleicht sollten wir einen Film machen. Bär, lass uns anfangen. Ich bin bereit. Du meinst, wir sollten ein Drehbuch schreiben? Können wir das nicht auslassen? Na gut, ist in Ordnung. Worum geht es denn? Wer wird sich denn so was langweiliges anschauen? Nein. So einen Film brauchen wir wirklich nicht. Das ist besser. Das nenne ich mal einen tollen Film. Und ich? Was ist mit mir? Was soll das? Ich bin nicht der Star des Films? Nein, das funktioniert so nicht. Ich bin nicht der Star des Films. 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 Du bist nie zufrieden. Das war's für heute. Ah! Masha und der Bär, wie alles begann. Na endlich, das ist jetzt mal, was ich einen Film nenne. Es gibt drei Hauptelemente bei einem Film, das Drehbuch, das Drehbuch und nochmal das Drehbuch. Heute Fußball. Wir berichten live aus der größten Fußball-Arena unseres Landes. Gleich wird das entscheidende Spiel der Saison angepfiffen und nach 90 Minuten steht der diesjährige Meister fest. Beide Mannschaften sind schon auf dem Platz, die seiten... Und das Spiel läuft, wir sind gespannt, es geht alles um. Ballbesitzung gewinnt die ersten Zweikämpfe. Was für eine tolle Flanke! Unsere Jungs nähern sich jetzt dem gegnerischen Tor. Und Schuss! Aber der Ballprall vom Fuß eines Abwehrspielers direkt in die Hände des Torwarts. Es geht weiter. Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserem Gesundheitsjournal. Heute beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Methoden, Stress abzubauen. Was ist Stress? Wir beginnen mit ein paar ganz einfachen Entspannungstechniken, die bereits innerhalb von zehn Minuten eine wohltuende Wirkung zeigen. Setzen Sie sich bequem in einen Sessel oder legen Sie sich auf Ihr Sofa. Schlagen Sie nicht die Beine übereinander und atmen Sie ganz ruhig. Oder Sie gönnen sich eine Tasse herrlichen Kräutertee. Während Sie ihn genießen, lassen Sie alle belastenden Gedanken wie Wolken vorüberziehen. Sie können sich auch ein warmes Bad bereiten. Und während Sie darin liegen, machen Sie folgende Atemübung. Atmen Sie bei geschlossenem Mund tief durch die Nase ein. Tauchen Sie dann die untere Gesichtshälfte ins Wasser und atmen Sie langsam durch die Nase wieder aus. All diese einfachen Techniken sind kein Allheilmittel. Sie lösen nicht Ihre Problemspunkte. Ist mir egal. Aber Sie helfen Ihnen schnell zur Ruhe zu kommen. Je entspannter Sie sind, desto leichter wird es Ihnen fallen, Lösungsmöglichkeiten für Ihr Handy zu nehmen und Sorgen zu finden. Gib her, gib her, gib her. Ui. In den Wald soll ich gehen? Und der böse Wolf? Dann gehen wir jetzt spazieren. Probealarm. Ui. Hm, dann gehen wir jetzt spazieren. Oh ja, oh ja. Da muss uns der Bär sofort helfen. Bitte. Oh, wow. 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 Wir sind zurück zur zweiten Halbzeit. Die gegnerische Mannschaft ist mitten von den Spielern auf der Welt, der nach einem Faul am Ende der ersten Halbzeit rot gesehen hat. Keine Auswechslung in den beiden Teams. Es kann losgehen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Keine Panik. Ich rufe den Bären an. Der erklärt das. Nur noch eine Minute, dann ist auch die Nachspielzeit rum. Ich versuch's nochmal. Ein harteres Dornschuss hast du, aber leider, leider geht er knapp vorbei. Dann muss ich es nochmal versuchen. Er hebelt die gegnerische Verteidigung aus. Ich bin sicher, der Bär wird gleich ans Telefon gehen. Superflanke, der Ball fliegt aufs Tor zu. Jetzt müssen wir... Wegrennen! T throat ... gegnerische Mannschaft Leimte Ich rufe dieня. Ja. 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 Ich rufeil. Da bist du ja endlich. So, 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 so. Warum sind denn alle meine Videos verschwunden? Hm, dann beginnen wir mal mit der Suche. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Vielleicht finde ich sie ja hier oben rechts. Das Mikrofon klicke ich jetzt an und sage, Masha und der Bär ist dran. Das war einfach und jetzt probiert ihr es mal.